Wir schließen mit dem Thema Prozesse den Bereich der Interaktion bereits ab. Wir haben uns ja in den letzten Wochen im Bereich der Interaktion erst mit Eingaben beschäftigt und da gesagt, Eingaben müssen minimiert werden, sie müssen schnell gemacht werden können, sie müssen präzise gemacht werden können und sicher gemacht werden können. Und dann haben wir uns quasi um den Ausgabeteil gekümmert, den haben wir Rückmeldung genannt und haben drei Forderungen an die Rückmeldung aufgestellt, nämlich die Differenziertheit, die Unmittelbarkeit und die Lokalität. Also hatten wir jetzt schon mal Eingabe und Ausgabe und dazwischen fehlt ja die Verarbeitung, dazwischen findet ja ein Bearbeitungsprozess statt. Und wir hatten bei der Rückmeldung schon angefangen darüber zu sprechen, haben nämlich gesagt, na wenn dieser Verarbeitungsprozess lange dauert, dann müssen wir den Verarbeitungsprozess selbst zum Gegenstand der Rückmeldung machen und müssen dann eine fortlaufende Rückmeldung anbieten, die dann wiederum auch differenziert sein muss und auch unmittelbar natürlich, weil darum ging es ja ganz genau, dass es unmittelbar überhaupt sein kann, obwohl der Verarbeitungsprozess lange dauert. Und um diese Verarbeitungsprozesse soll es jetzt in diesem Video gehen, denn es gilt natürlich nicht nur, dass man so einen Prozess darstellen kann, dass man also sehen kann, wie er gerade verläuft, sondern auch, dass man ihn steuern kann. Und das ist der Hauptinhalt, über den wir hier im Bereich Prozesse sprechen werden, wenn wir über die Beeinflussbarkeit sprechen. Zunächst aber steht hier eine Forderung, die hatten wir schon ganz am Anfang und da hatten wir ja noch über das Aussehen gesprochen und haben gesagt, wie sehen denn Text zum Beispiel aus, aber wie sehen Buttons am Bildschirm aus, wie sehen überhaupt Objekte am Bildschirm aus. und haben gesagt, na manchmal muss man die Aufmerksamkeit lenken oder möchte man die Aufmerksamkeit lenken und da haben wir die Attentionalität besprochen und haben da schon gesagt, naja, die besprechen wir jetzt schon, aber eigentlich gehört die nach ganz da hinten hin und jetzt sind wir an dieser Stelle. Wir kümmern uns also erstmal ein bisschen um Attentionalität, denn an dieser Stelle ist Attentionalität noch ganz besonders wichtig, wenn es um Prozesse geht. Prozesse sind ja etwas, was länger laufend ist, also zumindest ist das jetzt unser Betrachtungsgegenstand. Wir können natürlich auch sagen, naja, irgendeine Berechnung, die eine Millisekunde dauert oder zehn Millisekunden oder was immer sie dauert, ist auch ein ablaufender Prozess, aber das ist für uns im User Interface dann egal. Wenn wir über Prozesse hier sprechen, dann geht es darum, dass irgendetwas länger läuft und darum müssen wir uns jetzt kümmern und da brauchen wir auch Attentionalität. Ich habe es auch bei der Rückmeldung schon mal angesprochen, wenn man eine fortlaufende Rückmeldung hat, dann sollte man am Ende dem Nutzer irgendeinen Hinweis geben, denn der Nutzer möchte ja mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die ganze Zeit da drauf gucken. Man macht ja gerade die fortlaufende Rückmeldung, damit er das nicht muss und wahrscheinlich beschäftigt er sich mit ganz was anderem. Und da wir heute ja Multitasking-Systeme haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er in irgendeinem anderen Programm unterwegs ist und das sonst gar nicht bemerkt. Wir brauchen also für Attentionalität, naja, so etwas wie das Ende eines Prozesses oder dass etwas passiert ist und das nennen wir hier ein Ereignis, also eine Zustandsänderung, eine dynamische Zustandsänderung am Computer, ein Ereignis, die aber nicht eine Rückmeldung ist. Jetzt könnte man ganz spitzfindig sein und sagen, natürlich ist eigentlich alles eine Rückmeldung, denn es kann ja nichts passiert sein, was nicht mit einer Eingabe des Nutzers in irgendeiner Form zu tun hätte. Also selbst wenn eine E-Mail hereinkommt, ist das so gesehen ja bei mir eine Rückmeldung auf das E-Mail-Schicken des anderen. Aber so das zu betrachten, das mag irgendwie, wenn man das rein logisch betrachten möchte, irgendwie sinnvoll sein, aber in der Praxis hat das natürlich wenig Belang. Denn derjenige, der die E-Mail geschickt hat und ich, also wir sind ja nicht direkt miteinander verbunden und die Rückmeldung kommt dann ja an anderer Stelle. Genauso sowas, wenn ein Export fertig ist, ein länger dauernder Export. Natürlich ist das in gewisser Weise eine Rückmeldung, denn ich habe den Export wahrscheinlich selbst angestoßen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er fertig ist, habe ich diese Relation nicht mehr. Also ich bin nicht mehr in dieser kurzen Zeitspanne von Handlung und Rückmeldung, sondern ich bin ja in viel größeren Zeitspannen unterwegs. Genauso, wenn die Festplatte voll ist. Natürlich ist das auch mein Tun, dass die Festplatte voll ist. Und man könnte sagen, es ist die Rückmeldung dazu, dass auf die Eingabe Festplatte voll machen, Daten draufschreiben. Aber das so zu betrachten, ergibt, wie gesagt, keinen Sinn. Also wenn wir jenseits dessen sind, was man eigentlich Rückmeldung nennen würde und müssen dann irgendwie den Nutzer auf etwas aufmerksam machen, dann liegt so ein Ereignis vor und dann brauchen wir eben auch diese Attentionalität. Ja, was ist bei so einem Ereignis mit unseren drei Kriterien der Rückmeldung? Wir hatten ja gesagt, Differenziertheit, Unmittelbarkeit und Lokalität. Naja, Differenziertheit, ja, die Differenziertheit brauchen wir jetzt auch. Wir brauchen auch jetzt differenziertes Feedback und differenziertes Feedforward, wenn so ein Ereignis eintritt. Es ist sogar besonders wichtig, dass das Feedback vor allen Dingen differenziert ist, denn wenn es eintritt, dieses Ereignis, ist ja der Grund mir nicht mehr bewusst oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit mir nicht direkt bewusst. Das heißt, ich muss auf jeden Fall differenziert sagen, warum das Ereignis eingetreten ist. Und Feedforward ist natürlich sowieso immer notwendig, denn sonst kann ich nicht entscheiden, wie ich weiter fortschreiten möchte. Das kann manchmal natürlich auch sein, dass wenn zum Beispiel gesagt wird, der Export ist jetzt fertig, dann ist das Feedforward, ja, er liegt jetzt halt auf der Festplatte an der entsprechenden Stelle, aber immerhin, das ist auch ein Feedforward, was ich brauche. Gut, also Differenziertheit ist wichtig. Unmittelbarkeit, das geht nicht, qua Definition nicht. Das war nämlich genau der Unterschied zwischen einem Ereignis und einer Rückmeldung, dass wir keine Unmittelbarkeit haben an dieser Stelle. Keine direkte Relation, die man bewusst so als Nutzer so wahrnehmen würde. Und Lokalität? Ja, kann es Lokalität geben? Lokalität heißt ja, wir wollen die Rückmeldung oder das Ereignis, die Meldung zum Ereignis da anzeigen, wo der Nutzer gerade hinschaut. Wie soll man das wissen? Wir können ja nicht wissen, wo der Nutzer gerade hinschaut. Das geht ja gar nicht. Das kann ja gar nicht funktionieren. Denn er ist ja gar nicht mit dem Problem beschäftigt, was dieses Ereignis auslöst. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Das heißt, er ist mit einem anderen Programm beschäftigt oder vielleicht auch gar nicht mit dem Computer beschäftigt. Auch sowas soll es ja geben. Es soll ja sogar Situationen geben, in denen Leute nicht auf ihr Handy gucken. Selten, aber kommt ja vor. Also müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen an dieser Stelle. Wir müssen die Aufmerksamkeit des Nutzers lenken. Wir können nicht mit Unmittelbarkeit argumentieren, dass es unmittelbar danach passiert. Ganz gar nicht. Und Lokalität? Ja, das geht nicht. Wir wissen es nicht. Wir müssen die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und das genau ist die Attentionalität, dieses Aufmerksamkeit ziehen. Die Definition nochmal. Wir haben sie, glaube ich, vor Wochen besprochen. Aber ich sage sie besser nochmal. Attentionalität bedeutet, durch gezielte Verwendung optischer und akustischer Reize auf Objekteigenschaften oder andere Änderungen des Systemzustandes hinzuweisen. Ja, wie kann man diese Attentionalität hinkriegen? Denkt mal zurück an die Wahrnehmung, also an die Vorlesung über die Architektur der Wahrnehmung. Da haben wir einiges gelernt, wie man Attentionalität hinbekommen kann. Wir haben zum Beispiel über das periphere Wahrnehmungsfeld gesprochen. Dieser Effekt, der eintritt, wenn irgendwo mal jemand an der Seite winkt. Also er geht in einen vollen Raum, Mensa oder so, und irgendeiner steht da auf und winkt und dann seht ihr den, obwohl da ein Gewimmel ist ohne Ende. Das heißt, dieses Blinken, überhaupt Bewegung, das sind Möglichkeiten, um Attentionalität herzustellen. Es gibt noch andere und die haben wir nicht besprochen, weil wir in der Architektur der Wahrnehmung in erster Linie ja auf die Sichtwahrnehmung eingegangen sind. Ich glaube sogar, wenn man ehrlich ist, sogar nur auf die Sichtwahrnehmung eingegangen sind. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten der Wahrnehmung. Und diese anderen Möglichkeiten der Attentionalität kennt ihr natürlich alle. Man könnte Klangausgaben machen und man kann Vibrationen machen. Also das ist so das Repertoire, was wir haben, wenn wir Attentionalität herstellen wollen. Ja, diese Techniken haben alle ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wir werden gleich noch mal ein bisschen drauf gucken, was vielleicht gut ist und was vielleicht schlecht ist. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe ja eben gesagt, Differenziertheit ist wichtig. Wie sieht es denn aus mit der Differenziertheit von Blinken, Klangausgaben und Vibrationen? Überlegt mal. Ja, nicht besonders sieht es aus. Man kann eigentlich, man könnte zwar auf verschiedene Arten blinken, aber dass das unterschieden wird, ist relativ unwahrscheinlich. Vor allen Dingen müsste man das lernen, es würde ja nicht am Bildschirm stehen. Man kann natürlich verschiedenste Klangausgaben wählen, aber Klänge sind kurz und nicht persistent. Das heißt, im Gegensatz zu etwas, was ich am Bildschirm persistent habe und wo ich dann noch mal drauf gucken kann und sagen, ach, das ist das gewesen, ist ein Klang weg, wenn er weg ist. Also durchgelaufen. Das heißt, eine Klangausgabe eignet sich auch nicht so gut zur Unterscheidung und damit auch nicht gut zur Differenziertheit. Und das Gleiche gilt für Vibrationen auch, wenn ihr mal an ein Handy denkt, das vibriert. Klar könntet ihr verschiedene Vibrationsmuster einstellen für verschiedene Ereignisse, aber besonders gut funktioniert das nicht. Also so eine gute Differenziertheit kann man nicht erreichen durch diese Attentionalitätstechniken. Man braucht also zusätzlich immer eine Anzeige am Bildschirm, was eigentlich passiert ist. Sonst ist das die Attentionalität undifferenziert. Und das ist etwas, was wir möglichst vermeiden wollen. Die Älteren von euch kennen das vielleicht noch vom Telefon. Wenn ihr zum Beispiel so ein Telefon irgendwo nutzt oder überhaupt ein Telefon, was jetzt kein Display oder sowas hat und dieses Telefon klingelt. Das ist natürlich Attentionalität. Und der Vorteil dieser Attentionalität des Telefons ist, ihr müsst da nicht hingucken. Also ihr müsst nicht das Telefon angucken, um zu bemerken, dass es klingelt, sondern das Telefon klingelt und man hört es dann halt, wenn man nicht zu weit weg ist. Das heißt, man kriegt es in jedem Falle mit. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Denn der Nachteil bei Klängen, wie hier bei dem Telefon ist, man kann nicht weghören. Ich kann ja, wenn irgendwo etwas blinkt oder so, kann ich mich entscheiden, aktiv dort nicht hinzugucken. Beim Klang gelingt mir das nicht. Deswegen ist auch Klang so ein großer Stressfaktor. Also wenn irgendwo Lärm ist. Aber wenn so ein Telefon klingelt, dann höre ich es. Und ich kann nicht nicht hinhören. Das funktioniert einfach nicht. Ihr kennt aber Situationen, in denen diese Aufmerksamkeitsleitung, diese Attentionalität ungewollt ist. Und in diesen Fällen schaltet man Klänge ja ab. Also auch am Handy macht man das jetzt zum Beispiel, dass man das in einer Vorlesung zum Beispiel, wenn man gut erzogen ist, ausschaltet. Also eigentlich ist das alles. Ich bin mir sicher, jedem, dem das schon mal passiert ist, dass ein Handy in der Vorlesung klingelt, da war es mit Garantie ein Versehen. Und meistens ist es dann ja der Professor, dem es passiert. Also, naja. Aber wie gesagt, man schaltet das ab, weil das stören kann, weil das ja auch andere Leute mitbekommen. Das ist gerade der große Nachteil bei Klängen. Vibrationen wiederum haben den Nachteil, dass man sie nicht unbedingt mitbekommt, wenn man das Gerät nicht am Mann hat. Oder an der Frau hat. Das heißt, wenn das Telefon irgendwo liegt und vibriert nur, dann kann man Glück haben, dass man dann den Klang von der Vibration hört, je nachdem, wo das liegt. Aber es ist auch eine Wahrscheinlichkeit da, dass man es überhaupt nicht mitbekommt. Also so haben diese Techniken alle ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist bei all denen, sie dürfen nie das Einzige sein. Sie sind alle nicht differenziert, wie ich eben gesagt habe. Bei dem alten Telefon ist das am stärksten so. Dieses alte Telefon klingelt, aber wer dran ist, wisst ihr nicht. Das klingelt und ihr müsst drangehen. Also ihr müsst quasi auf diese Attentionalität erst reagieren, um zu wissen, mit wem ihr sprecht. Das ist natürlich ein Nachteil von diesen alten Apparaten gewesen. Und bei heutigen Apparaten ist die Differenziertheit natürlich viel höher, weil dieses Ereignis, das jemand anruft, nicht nur mit dem Klang assoziiert ist, also nicht nur der Klang ausgelöst wird, sondern auch eine Meldung in einem Display steht und dann weiß man, wer da anruft. Klänge sind so ziemlich das, wo man am meisten drüber nachdenken muss, denn Klänge sind nicht nur aufmerksamkeitsleitend, sie sind ganz extrem aufmerksamkeitsfordernd und dann im wahrsten Sinne des Wortes Schreihälse. Keine visuellen, sondern auditive Schreihälse an dieser Stelle. Also immer Rückhaltung üben und Klänge nur im Ausnahmefall, wenn es wirklich nötig ist, machen. Also nicht zum Beispiel, wie die Firma Apple das jahrelang gemacht hat, beim Booten des Betriebssystems oder des Computers, also noch bevor das Betriebssystem startet, so einen Brumm-Sound zu machen. Und auch Microsoft hatte ja früher diesen Start-up-Sound. Und auch den hat man rausgenommen heute. Denn, naja, diese ganzen Klänge, die dann kommen, die sind ja überflüssig. Also einen Start-up-Sound braucht man ja nicht, weil wenn man den Rechner startet, dann guckt man ja auch auf diesen Rechner. Genauso wie man nicht einen Ton für jeden Klick braucht und sowas. Wir hatten ja dieses Video, wo jetzt jede einzelne Aktion mit einem Ton belegt war. Das sind alles überflüssige Klänge. Klänge sollten nur kommen für Ereignisse und da auch nur für die wichtigen Ereignisse, die man auf keinen Fall verpassen darf. Soviel zur Attentionalität. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Hauptteil dieses Bereiches Prozesse, nämlich der Beeinflussbarkeit der Prozesse.